Einen können wir mal aufmachen. Sollen wir mal einen aufmachen, Chat? Einen Pack? Einen Pack aufmachen. Einfach mal so. Einfach mal so ein bisschen Spannung zu haben. Überlegt mal, jetzt kommt Black Ice raus. PogChamp! PogChamp! Einen machen wir auf. Chat, wir machen nur einen einzigen auf, okay? Nur einen einzigen. Nur einen einzigen. Es ist li... Es ist lila. Was ist das hier? Vier Minuten? Geil. Es ist irgendwie, keine Ahnung, eine Munition oder so. Einfach eine Kugel so. Was ist denn da los bei dir, Reed? Ach du Kacke. Mit Ansage, Bruder. Ich hab gedacht, wir machen einen auf. Ich so, Black Ice safe. Stupid! Es tut mir leid. We do not move. Moin, Meister. Oh, wer hat da aufgemacht. Ganz gefährlich. Damit die uns von hier aus sehen, ne? Einfach fürs Feeling. Hey. Hä? Wer hat die Campte geschossen? Ich nicht. Ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich du auch nicht, ne? Lügnerin, du. Oh, fuck. Ich hab mich bewegt. Ich geh jetzt einfach in die Cam rein. Reed, das ist ganz wild. Ganz wild. Was? Warte, ich mach die. Anderer Drip, sagst du? Loll. Anderer Drip. Ich hab so Angst. Ich will einfach nur, dass wir die ganze Zeit stehen und die ganze Zeit in die Frostraps drin laufen, sonst nichts. Ach, in die, in die diesen Traps. Oh, da war einer. Oh, jesus. Der hat ja bestimmt nicht gesehen. Hat er nicht, hat er nicht. Glaub mir, hat er nicht. Basti, glaub daran. Bin der erste, der tot ist. Der kommt. Der ist drin. Ja, ich weiß. Er rennt in beide rein. Ich kann nie mehr. I cannot more. I cannot more. I cannot more. Er rennt jetzt auch in die Lean Drip rein. Hä, was? Lass mich, lass mich, lass mich zerschieß dich. I cannot more, jesus. Ich kann nie mehr, ey. Ich hab den Typen verletzt, ich bin der zugewinnen. Lass den Drip rein kommen. Ja, ich weiß, ich weiß. Pack den Drip schnell. Ja, ich weiß, der rennt jetzt auch in die Hand. Oh, nein. Ja, das war's dann nicht der Komplett. Egal. Oh mein Gott, ich bin gespottet. It was nice to meet you. I cannot more, Junge, I cannot more. You need to disable their Diffuser. Oh man, ich bin noch ein Drücher drinnen. Die ist auch reingegrennt. I cannot more. Let. 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 Let voll vorfahren. etter. Let. ин. Hey. He. Das hab ich die ganzen zeit mir gesehen hat. Das hab ich die ganze zeit nicht gesehen hat. Sand! 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 Was? Hä? Ganz schwierige Nummer! Ganz schwierige Nummer! Oh Mann, Jungs, was ist das? Ey, der ist mit Abständen die geilste D-Ray Bull überhaupt! Ja, ich renne einfach raus! Ich renne einfach raus und schieße nicht! I'm running out! Kill me! Ich renne einfach raus! Der Bug ist ein bisschen geirrt! Warum? Nein, ich! Ich gönnte nicht! Die sollten ihn hämmern! Ja, 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 ja! Oh Mann, ich hab echt ganz kurz Angst bekommen! Ich mach's einfach ganz entspannt! Ich stell den Monty einfach in die Ecke! Mit Diffuser! Das wird aber lange dauern, deswegen... Geh mit dem Diffuser schnell rein! Ah, ich hab ne Idee! Gib mir den Diffuser, gib mir den Diffuser! Ich lass die direkt diffusen! Don't kill me! I'm bug! I'm running in! I'm gonna plant! And you just... Diffusing! 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 Junge! Ich war in der Froststep, du Vollidiot, Alter! Warte, ich geh! Oh Mann! Halt die Sophia auf! Plante! Ich verfolge die Sophia! Ja! Ja! Hed mich auf! Lass uns blenden! Hed mich auf! Pass auf Frosteps auf! Oh Mann! Let me plant! Plante einfach! Plante einfach! Monty, du bist! So! Fusen! Du hast einen Diffuser! Hallo! Moin! Nein! Egal! Er hat uns geht! Hauptsache wir sind nett! Er macht die Tür hinter dir zu! Hey! Was macht die Sophia? Erstmal um die ganze Map laufen! Pfeife! Das ist so ein Ehrenmann ey! Lull! Ja! Es hilft durch! Silber 1 Junge! Ich hab diesen Rang schon 3000 Jahre nicht mehr gesehen ey! Also wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich mal kacke springe ich selber in die Luft! Kluck! Ganz nach rechts! Dann droppst du einmal! Dann kannst du von hier rein in den Crouch! You feel me? Ja! I'm a warm bulletin dream mach ich jetzt auch mit! Bye bye crew world! AHHHH! Ich hab dich getroffen! Zu wild Bray zu wild! Surrender! Du! Oh ja! Der Typ hittet uns auch noch mit dem easy ey! Silber 2 Insel Germany, if you say Oh, ey, Basti, Basti, komm mal hier hin Komm mal hier Nicht runterfallen, nicht runterfallen Bleib genau hier Geh sogar nach unten Drop sogar nach unten, okay Ich werde es ausprobieren Ich will gucken, ob ich wegfliege oder nicht Ready? Du musst aber nur so ein kleines Loch reinschießen Das reicht Komm schon, Daddy Man ist einfach ein C4 da rein Ich hab eigentlich bloß gerade drauf gewartet, ob das direkt Er wird aus der Wechsel entfernt Wie weit noch wegrennen will Herzlich willkommen zu den Next Schnell bevor sie kommen Oh Basti, das war lost Bist du einen Meter geflogen Ja Ja, du bist am weitesten Jawohl Jawohl, der sah gut aus von oben Okay, der Gewinner ist weit Schnell hoch 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 Schnell 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 Okay, ready? Go Ich bin bereit Ach Du bist erst geflogen Sand du hinterher Da siehst du es bei Sand Jeehoohoohoo Nee oder? Nee oder? Nein, 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 nein... Nein, 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 nein... Das ist kein Problem Er billet trotzdem Die Bombe ist ja geplantet Ja, ja Die anderen drei kriegt er eh nicht Vor allem einer ist Blackbeet Wo Cookshain? Woer? Woer wo Cookshain? Interagasiooonn! Hinterreieo, woer! Was? Shoot! Interagasiooonn Ich treu noch nicht mal rein, weißt du, ich renne einfach, ich hab mich im Bart reingerappelt. Jeder mit einer gekochten Granate-Helfer. Ah! Da ist er! Schiff! Ja! Egal, 25 HP abgezogen, das reicht, Erfolgserlebnis. Wir sind so schlecht fast hier. Oh man, warte, dann mach ich one bulletin einfach. One bulletin. Science! Nein! Ich wollte dich killen. Warte, ich muss erst den Camp rausschmeißen, noch nicht, noch nicht rausrennen, noch nicht. Ich muss erst den Camp rausschmeißen. Okay. Wait, let me check, let me check, let me check. Yeah, this one is good, go, 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 go. Sag, wenn du ready bist. Ja, mach! Jijuhuhuhuhu! Komm, die rennen, die erste. Ja, ich mach die, die Titanic. Habt ihr die Camp? Ja. Welche hast du? Ich hab die, die hintere. Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Oh, oh geil! Wir sind einfach anders rein und liegen! Basti, I see you have too many bullets in your round. Das ist besser. Der ist auf dem Hedge. Rechts hinter dem Tisch. Masti! Oh! 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 Was? It's good! I'm driving! Geht das? Do you have it? Yes, I have it! I'm on the boat! Run, 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 run! The world is not meant for you! Was? Ich hab noch vier Sekunden übrig gehabt. Ich glaub, das schaffst du auch. Low Fetzer Glove! Warte, ich mach dir Platz. Ah! Ah! So, Leute, aber ich hab da oben ne Cam. Einmal bitte für Stump, ne, Cheese sagen. Geht mir in die Cam rein. Geht mir in die Cam rein. Das sieht so dumm aus, ey. Was? Ich geh mir in die Cam. Warte, ich muss weiter nach links. Da sieht das Baba aus. Warte, lass mal Titanic spielen. Ah, genau, warte! Ich will stehen. Jetzt! Gib mir! Ah, Mann, der Schild ist so ästlich. Wegen dem Schild erkennt man einfach gar nichts. Warte, ich mach das jetzt mit Piste dann. Ah, tatsächlich. Du musst so ein bisschen wiggeln. Mit deiner Maus links und rechts und dann geht das. Was? Wo wolltest du hoch? Sand? Oh, Leute. Äh, nach ganz, also nach weiter vorne. Hier? Ja, genau. Ja, da ungefähr hin. Oh, Reed. Oh, Reed. Oh! Was? Oh! Du kannst einfach rüberspringen. Ich hab, ich bin rüber gewaldet. Okay, mit ruhig gehen. Das ist halt echt einfach. Einfach die Maus ein bisschen links und rechts. Nein! Mach kaputt, Junge! Ey, Reed. Ja. Was? Wenn du die Zone triffst. Kommt drauf von wo du hinschließt. Schiiiisssss! Ja! Silber 5! Silber 5! Silber 5! Haha! Ja!